Oh, dann hat er sich, äh, das wahrscheinlich schon am Anfang direkt, äh, verunglimpft. Nicht den hinzugehobt. Ah, ich bin auch wieder fast im Anfangsgebiet. Aber ich bin trotzdem kein Stein. Also ich bin ja gerade ein Leben ohne Ende am... Am Abhacken. Wie schmelze ich denn Silbererz im Schmelzofen? Also normalerweise schon. Mach's heiß. Mach's heiß. Entschuldigung. Nee, komm, lol, schreibe ich nicht, dann wäre ich zu böse. Wie? In einem Schmelzofen, genau. Ich weiß nur nicht, wer hier GM ist. Also Game & Robben ganz schnell. Mann, ich will lolschreiben. Komm. Mach doch einfach. Robben die Katze, ey. Geht ja nicht. Lass das Robben. Jetzt seid ihr nicht. Nein, Entschuldigung, man steht im Chat, wir lesen nur, man im Chat steht. Ich wollte gerade sagen, da kann ich nichts für irgendwas. Da können wir nichts für irgendwas. Es geht halt um das Kreismachen von Silbererz. Wer hat halt gesagt, der soll... Rubbeln, wenn es heiß wird. Ja. Was heißt, wie denn, ja, Rubbeln? Jetzt fühle ich mich verarschen, schreibt mich nicht. Schade. Also, wer hat denn geschrieben mit dem Rubbeln? Ja, ja, ich bin nicht, das war ich mit anderen Zuckerlösen. Ja, genau. Also, wir waren es nicht. Ich habe nur geschrieben in einem Schmelzofen. Ach so, da hast du geschrieben, echt? In einem Schmelzofen, ja, das hat mich. Ach so, da bist du, ja. Ach so, da bist du. Nee, bin nur ich. Ihr meint doch. Alter, ihr verwirrt mich, verwirrt mich. Verwört mich. Äh, verwirrt mich. Boah, alter. Boah, alter, ey. Hast mal ne Mark. So, ich snack mal eben wat. Vorher im Vorhoment mit dem Nutzen. Flup. Oh, trinken, das wäre mal gut. Oh, wieder, da sagst du wat? Oh, äh, der Pilz hat aber nicht viel gebracht, der Pilz. Du musst die Roten essen. Ja, natürlich. Hab die, jetzt in meinem Invit, hab ich nicht. Nein, ich will das Lager vorher. Und die zwei Pils hier. Hallo. Oh, ja. So, jetzt bin ich voll. Also, ich mein, vollgefuttert. Ab 95% lebt sich dein Leben auf. Ja, hab ich gemerkt. Das cool. Hat er vorher nicht gemacht. Nee. Man muss ja auch mal das Positive sehen. Ja, bin ich draußen. Weiß wir nicht, wo du bist. Ja, ich weiß es auch nicht gesagt. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich schaue nicht. Ähm, sag mal, hattest du, hattest du heute ein Update für, für Luther King? Wieso bin ich jetzt vergiftet? Du hast Fleisch gegessen. Oder Braten, aber... Ja, weil ich habe, habe ich auch keine Ahnung warum. Er hält aber nicht lange an. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich erste Gebraten, das ist falsch, ja? Frau Preisch. Und zwar nicht. Ich bin vergiftet. Nee, hab ich nicht. Doch, hab ich wohl. Aber ich will nicht so bei mir. Ich glaube nicht. 38, äh, 39. Ich weiß nicht, wie du das warst. Da hat's Interesse. Ich reparier mal unsere Kisten alle, weil die sind, äh, ja, bis auf die, äh, die anderen waren nämlich schon gelb. Macht mal. Das für ne Drissel, ey. Der Drissel, ey, ist der Grissel. Und der hat was... Nö, also bei mir steht jetzt nur an dem Goblin. Ein Goblin-Ball. Ja, ja, genau. Bei mir stand auch nicht mehr, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Aber da muss er vielleicht so. Vielleicht einfach irgendwelche nicht angekündigten Hopfixes. Ja, das kann sein. Weil 39 MB ist jetzt wirklich nicht. Nö, wahrscheinlich, wahrscheinlich kleine Fixes gemacht oder so. Ja. Muss ja auch nicht immer alles eingekündigt werden, also... Nö, natürlich auch so. Manche übertreiben es einfach. Oder vielleicht hat er einfach der Typ, der das macht, gepennt und hat auch kein... seine Ankündigung geschrien. Rumpel. Ich weiß nicht, ob er das jetzt alles macht. Ich glaub fast, ja. Es gibt ja nicht mehr viele Leute, glaub ich. Ich glaub ich nur noch ein Angestellter, ne? Nein, nein. Ich glaub, es ist nur noch ein Angestellter. Also viele sind es nicht mehr. Ich finde es auch mega, also... Nö, das ist ein bisschen... Ja, man muss halt sagen, dass es halt ziemlich linear ist, ne? Aber ich find es gut, um zu spielen, alleine ist es echt ein bisschen... Ja, du musst es einfach. Ich mein, die haben zwar einen Singleplayer-Modus eingebaut gehabt, aber direkt von Anfang gesagt, das Spiel ist eigentlich, äh, gut, äh, Multiplayer. Naja, das ist was. Ich find's cool, dass ich mir zum Teil auch nicht total probiere, um mir eine Waffe abzugraben. Nö. Ich find's einfach gut gemacht. Ja. Ich find's auch cool. Ja, aber man, ne, wie schnell man sich vertötet, die Kohle ausgibt. Ja, aber das ist immer so im realen Leben, die auch nicht anders, ne? Oh. Ja, wird schon nicht. Ja, wer hämmert denn hier, die... Was heißt realen Leben? Also ich mein, jetzt im, ähm, normalen Familienleben ist das genauso schnell. Jo. Einmal die Miete überwiesen. Ein bisschen Strom, ein bisschen Gas. Ein bisschen Versicherung. Und dann bist du ein Wein. Da ist nix mehr. Ähm, ich glaub, ich hab grad die größte Spielertestung bisher entdeckt. Auf dem Server. Also die ich kenne. Okay. Ist ein Meter langer Holzwall. Wall. Ach, Wall. Ja, so ein Holzwall. Ich hab Ball verstanden, Entschuldigung. Weiter machen. Das ist ein Holzball. Ja, der entzäunt aber einiges. Können wir ja auch mal machen. Entzäunen wir einfach ein jegliches Gebiet da rumherum. Genau. Und dann kommen die Spieler nicht mehr raus. Und dann kommen die Ragepits. Man muss nur dann eben halt öfters, ähm... Hup, also ganz. Ähm, muss man halt nur öfters dann, ähm... Ähm, reparieren halt. Aber find ich auch gut gemacht, dass die, ähm... Was die an sowas gedacht haben. Das find ich einfach so schlecht, weil ich hatte auch nämlich die... Ähm, Bedenken, was machen die mit den ganzen Serverleichen? Wurde ich grad sagen. Dann hatte ich gelesen, nämlich gehabt, so, äh, warum verfallen die Sachen denn jetzt noch schneller? Ich den verfallen, okay. Aber dabei verfallen die nicht, sondern die haben mehr Hip-Bunds gekriegt, so manche Sachen. Der war aber irgendwo lehm. Ah ja, da. Und da hau ich mal mit der teureren Axt rein. Ja, gut, da gibt's wohl Leben mehr, aber okay. Brauchen wir ja, glaub ich, auch, ne? Ja. Ich werf grad das ganze Stein weg. Ach nein, ich bin überladen, oh, wie hat's. Ich bin überladen, nein. Ich bin überladen, überladen. Und jetzt bin ich noch mehr überladen. Ja, ich bin überladen. Jetzt kommt ein Valve, äh, dann hab ich auch mal. Dann hab ich auch mal den Babb auf. Bitte wähle zunächst ein Rek... Ich vergesse immer jedes Mal die Rezepte auszuwählen, ne? Was geiler wär, wenn du da draufklickst auf das Item, und es kraftet dann. Ja, das stimmt, das wär auch noch geil. Das wär viel geiler. Das stimmt. Irgendein Spiel muss man ganz ehrlich haben, ähm, dass irgendein Spiel gibt es aus so'n Survival Game, das hat es nämlich. Was denn, bitte? Wenn du die Items zusammen hast, dann klickst du auf dieses Icon, was du haben willst. Und brauchst nicht extra Croften klicken, sondern du hast es dann drückt. Nur einfach auf das Ding. Und dann kannst du was auch ne Anzahl angeben. So, ja. Das wär viel geiler, weil ich find das wirklich ein bisschen verwirrt. Deswegen vergesse ich das auch immer. Auf Croften zu klicken, ne? Ja, irgendwo drauf, also ne, auf dieses Item selber drauf zu machen. Ja, aber wohl oder so, du, ich drückge mich in den Sorge, und dann, äh, ja, stimmt. Ja, genau. Weil du das auch im Normalfall drunter hast. Deswegen finde ich das, wenn du eine Galerie bist, und ehrlich gesagt. Äh, ähm, ich glaub, ich hab das Stein versehentlich falsch reingetan. Aber gut. Ach, das, diese komische Festung ist links von uns. Komische Festung. Also, im Westen von der Karte. Achso. Hier soll's irgendwo noch ne größere Stadt, glaub ich, geben, ne? Ja, nicht hier. Ja, klar. Ja, ja, sicher. Ja, ich würd generell gerne mal die Städte mir... Valhalla? Nein. Ja, Lhalla. Und, äh, gibt... Ach, wie hießen die nochmal? Die, die, die auch, die Untoten, die, äh... Trauge. Ja, genau. Weil Skyrim, genau. Ich würde mir aber gerne generell mal noch Dörfer und Städte angucken, ob sie sich unterscheiden. Oder alle gleich aussehen. Sind alle gleich aus. Nein, weil sie nicht echt. Ja, das möcht ich jetzt gerne mal wissen, weil bis jetzt, was wir so gesehen haben, war immer sehr identisch. Na, boh, 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 ne. Na ja, gut, was erwartest du, das ist halt eine Kultur immer noch, also ist alles gut. Ich würd grad sagen, die, die haben ja alle gleich irgendwann mal gebaut, ne? Also irgendwie ist das, also, das sieht ja noch ähnlich aus, wenn das jetzt Römer oder so. Ja, wieso? Ey. Warte, nicht weg. Kannst du es mehr? Warum warte denn? Ich wurde von Wachen gekürt, obwohl ich nur ins Dorf rein. Ja, 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 ja. Hatte der Bio noch aufruhen, hatte er noch extra gesagt gehabt. Das macht keinen Spaß. Dann, sprech, machen, Backreport, doch, mein Gott. Oh, super. So ein Backreport machen. Ich hatte nicht mal eine Waffe in der Hand, nix. ich bin ganz normal in das blöde Dorf ach du war das bestimmt wieder welches Dorf denn? mit den Kühen da? nein nein ja welches denn? das so schräg ist so Schweine sind da mir achja hier ja toll geh mal gucken hast du denn Schwein angegriffen? nein ja will ich jetzt auch behaupten nein hab ich wirklich nicht naja ja ja komm du bist ja so ne Schweinehasserin hast du nicht laut? nein dann können die angreifen ich kam doch gar nicht dazu ich war ja noch nicht mal ganz im Dorf drin ich war nicht mal ganz im Dorf drin das ist das geile ja also mich greift er hier nicht an wer denn der da oben direkt steht am Feuer? ich weiß es nicht welcher es waren nachher zwei Stück ich stehe auch gleich hier bei dem Kühen ach hi hi ich bin den Sack nur von Fay jetzt nicht das klingt falsch hier ist auch ne Wache die hat er mich vorhin angegriffen die hier diese Patrik patrouilliert so steht man mir mal ich ja wahrscheinlich nicht jetzt ist einfach so groß es gibt nur einen Dorf und Schwein also direkt hier ja ja also mich hat echt die Waffe ich hab wirklich alles extra Feuer weggepackt weil ich ja weiß dass die das dann alles klar du darfst die Waffen nicht mehr ziehen ich hab doch noch nicht mal die Waffe gezogen ne für die ist alles Waffe uaaah jetzt verfolgen mich noch zwei egal was denn anders na super ey Bio kill die mal die verscheue ich mich aber nur die hauen nur die hauen nochmal wieder ab ne mich haben die gekillt ich war ne wenn du wegrennst die hat verfolgen mich und dann hören sie nach aber noch an der Weg hoch er ist ein Korpion von Scherz und so kann ich töten das angekesselt ne man kann übernommen doch doch wohl ja sehr wohl ich habe können wir glauben ich glaube man kann ihn in London ich glaube ich nur hoch Blut und jetzt aber meine Sachen wissen zu holen der Mannmann das nur nichts zu draußen haben vorkommiert das ist ein bisschen scheiße wenn du da nein du darfst nur keine 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 arbeitsmaterialien oder sonstiges in der hand halten ja aber aber du sollst sagen jetzt sind wir mal ehrlich wenn du holzt wachst ja nicht reparieren benutzer nicht unbedingt das kann ich nur wo ich bin unkeln und zehn nicht macht die augen auf und dies war das lustigste ist vorhin von der wache gemobst also jetzt nicht da habe ich auch gerade gemacht einmal testweise dort hatten sie mir nichts getan aber dann hatte ich ganz andere waffe mal ein paar testweise also eine axt draußen gehabt der zieht seine waffe dann wartet einen moment wenn du da länger stehst dann haben wir angegriffen alles mögen sie wohl scheinbar nicht mehr so eingekesselt gewesen ich finde meine leiche nicht mehr ich glaube ich bin auf dem quatschendorf warte wo bist du denn ja ich muss das mal überhaupt zurückfinden das wird gerade dunkel und es ist für mich echt übelst du weißt dann wo wir sind ja natürlich weiß ich wo wir sind ich bin ja auch ein stück zu weit jetzt weiß ich was du da bist du da ich glaube ich bin nicht mehr gerade sehr beliebt bei denen die greifen direkt schon wieder an er verjagt mich jetzt immer aus dem Dorf ich glaube bist du bist du einmal gekillt worden bist oder so jetzt hörte auf jetzt verfolgt er nicht du bist im Dorf zu nahe gekommen guck au na korrekt renn mal weg oh Gott aber nicht gegen zwei hey kommen sie direkt beide an hör die Schweine aber ich seh die nicht ich will nicht richtig sein guten tag junge Mait wie geht's ihnen bist du tot? ne ne also ich bin auf dem richtigen Weg ja die ist kalt ja super ich bin ja auch nackt und die ist kalt jetzt geht der ganz normal zurück auf jeden Fall der eine wo ist denn der andere komm erstmal zurück zu uns und dann guck ich schnell an der andere der wird der geht direkt wieder auf mich los was hab ich dem denn getan aua was hab ich dem denn getan Junge ich hab ich hab dir nix jetzt kommen beide direkt wieder aua ja das ist ein bisschen übertrieben oder der andere hat mich in Ruhe gelassen nur der eine der direkt vorne an begreifen ja ich finde das ein bisschen mehr vielleicht ist das auch nicht gehört oder vielleicht wohl weiß ich 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 muss gar nicht wie oder greift dir jetzt die ganze Lande die Nase voll ja ich finde ich muss das mal zurückfinden weil ich hab echt das tierische Problem hier ist alles dunkel ach dann aber hier auch nicht wir machen die jetzt völlig ich ein Spielerseluschen an die man treffen das war ein bisschen das nur am 5 ich bin ich bin hoa ab kent 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 und wollte kent hoi ich würde gerne mal sachen ich würde gerne überleben Kommt er mir noch hinterher? Ne, ne. Ach, was soll ich da mal gucken? Ich bin ihm ja am verblusen. Benutzen! Oh, jetzt habe ich keine Verbände mehr. Das ist schlecht. Dann muss ich mir doch mal eben ein bisschen... Wie ist das jetzt? Kommt man einfach erstmal zu unserem Lager. Wenn der da ist, wo die Schweine sind, dann wissen wir, wo das ist. Ja, wo so viele Schweine rumlaufen. Ne, dann kommt man eben zu unserem Lager. Dann gehen wir da zusammen mit. Nur, du musst alleine noch... Ach, Schitz! Ich bin schon an unserem... Ah, hat jemand noch Pflanze... Achso, ne, aus Pflanzen. Ja, warte, ich muss nur mal eben dringend einen Verband machen. Kann ich mich am Feuer aufwärmen? Ja, ich weiß nicht. Äh, weiß ich nicht, ob das kann. Was so gedeutet. Ich muss nur mal eben leider was croften, weil... Ich meine, ich lade langsam, aber so ein bisschen verbanden dabei zu haben, der war schon... Du kannst verkochen und dich aufwärmen. Ja, ich sitze da... Ich bin am Lager für mich. Bist du und nackt? Ja, ich bin so brennig. Irgendwie zählt der mein... Was denn? Mein, mein Helm zählt der nicht wirklich, als Rüstung. Wieso? Achso, Rüstung 63. Weiß ich nicht. Der zählt die nicht dazu. Komm, mein Helm... Wie viel hast du? Ich hab auch mit Rüstung 63. Jetzt hab ich 48. Wenn ich den Helm wieder aufziehe, 63. Ich hab 53. Und auch wenn ich den Helm abziehe, hab ich 53. Echt? Okay. Ist der jetzt back? Also, ich kann mich auch nicht am Lagerfeuer wärmen. Ist immer noch kalt. Okay. Ich will lieber wieder den Eisenhelm auf. Oder den Stahlhelm. Ich hab... Achso, ja. Ich hab auch den Eisenhelm. Den du mir gecraftet hast oder gefunden hast. War doch immer. Warte eben her. Nee, ich hab meinen getauscht. Ich hab nämlich einen Stahlhelm gefunden. Ich bin ne nackig, man. The Nacky Man. Ich hab gleich alles weg ist. Ich tu den Helm mal da rein. Setz mal einer von den Eurten auf. Ja, sofort. Ich muss mal eben einmal mit der Faye gucken gehen, wo sie denn ihre... Wer bist denn du jetzt? Ich bin der mit dem grünen Oberteil. Ach, dat da. Ja, da, ja. Weil ich von hinten... Ja, genau. So, komm mal mit, Faye. Hier geht's zu dem Schwein. Ich kann nur nicht so weit folgen, weil, ähm... Jo. Ja, wahrscheinlich, wenn ich auch wieder gedreht getötet. Lüben, Schweine. Ada. Ihr so, ja... Da kommt er schon. Besor. Nee, ich kann's knicken. Weiß dann, wo du gestorben bist? Warte, die sind gerade beschäftigt mit Bio. Dann lass... Wenn Bio wegrennt... Ja, die Sache ist, ich weiß nicht genau, wo ich gestorben bin. Aber ich soll eh was... Hier, 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 Beute. Kann ja deine sein. Ja. Ja, alles nehmen und weg. Ich weiß nicht, wie lange... Ja, ich glaube, die greifen mich jetzt aber nicht an. Ich kann nämlich nicht rennen. Oh, oh, jetzt kommen die. Alles klar. Nee, aber ich glaube, die greifen erst an, wenn die im Dorf angekommen sind. Also der eine, komischerweise, greift mich gar nicht an. Na, Bio. Hast du ne neue Waffe? Nen Knüppel hab ich. Achso. Nen Knüppel aus dem Sack? Aua, warum gibt's denn hier denn eine? Ich hab auch gar nichts getan. Rix Sack. Seid ihr. Vorsicht, die greifen... Der greift auch mich an. Entschuldigung. Äh, wie war blocken nochmal? Rechts, bitte. Äh, was bitte? Rechtsklick. Super. Hä? Nö, wo mir macht er... Achso, wahrscheinlich, wenn ich ne Waffe mehrhandel hab, ne? Mich greift aber nicht an. Hab ich auch gerade gedacht. Dann hab ich eine. Nö, nö, ich krieg er nicht angegriffen. Ich rüsste mich. Ja, jetzt geht ja, guck mal. Aber warum gibt's mir denn jetzt wieder eine? Der ist doch gerade gegangen, Junge. Hau ab. War nicht mit Absicht. Okay. Okay. Jetzt kommt er wieder hinter dir. Hm. Der hat doch Probleme, Junge. Psychisch oder wat? Geh weg. In Ruhe. Ich würde ja jetzt gerne mal wissen, ob die uns alle angreifen. Ich geh mal außen rum. Ob wir jetzt verhasster sind, dann wär das mit der Quest ein bisschen schwer. Ja, ne? Mhm. Dann wär's ein wenig schwer mit der Quest, wenn die uns alle hassen. Ich hab jetzt nix rausgeholt. Mal gucken, ob ich jetzt ins Dorf kann. Also mich hat komischerweise nur der eine angegriffen, die anderen gar nicht mal. Ich kann wieder ins Dorf. Und das nur, weil ich einmal die Waffe gezogen hab. Vielleicht musst du wirklich einmal sterben, damit die dich in Ruhe lösen. Ne, danke. How you do split stacks in storage, I can move my clay because it's... Ja, ein paar hundert Kilo. Ne, die Stadt kann ich aber... Mal gucken, was passiert, wenn ich... Klaue? Mal. Also in die Stadt geht. Toll, hier war schon jemand looden, das schon immer sehr gut. Nein, Güte. War Fächer looden hier? War bio schon looden? Nein, ich bin ja... Nein, nö, ich bin doch nicht. Nein, nö, ich bin doch nicht. Gut, jetzt gerade. Ich bin nur der Stadt, nicht im Dorf. In der Stadt bin ich nicht, nicht. Ich bin nur nicht. Achso. Springen wir einen schönen Apfelwein-Bio. Oh, danke schön. Ja. Habe ich denn eine Frakel rausholen? Oh, ich hab das. Oh, oh. Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh, oh. Oh, oh. Ich hab im Altar ein Stück großes Fleisch reingetan. Irgendwas ist passiert und der eine ist direkt auf die Knie gefallen und hat von dem Stein gebetet. Oh. Verwalter von Ryssink. Achso. Hä? Hä? Wie hab ich eine neue Quest? Verwalter von Ryssink. Okay. Die haben am Ping-Port. Scheibenplasser finde ich jetzt überhaupt wieder zurück. Ah, doch bestimmt. Vielleicht haben wir jetzt die Götter wieder fröhlich gestimmt und kann jetzt durchs Dörfchen wieder... Ja, da soll ich nicht runterspringen vielleicht. Hm. Zu spät, Auer. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Also die Faktenanimation ist sehr unrealistisch. Hm. Es ist nur der, der am Haus, der am Feuer steht, der mich immer wieder angreift. Bäh. Es ist nur der, der am Feuer steht. Der kommt mir dann immer hinterher. Und der zieht, äh, zieht seine Waffe. Komisch. Komisch, aber vielleicht ist er nach einer Zeit auch abgeklungen oder so. Anyone? No. Not. Bio ist am lesen. Lidscharpe auch schaut. Konzentriert am lesen. Ach so, dass sie fällt mit der Fackel, ey. Ja, nicht aus voll den Schweifen unter dir. Ja gut. Voll unrealistisch. Ja. ich würde jetzt schon eigentlich einen kompletten Waldpand auslösen White Click White Click ja 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 du hast auch nicht geller gesehen schon mit Kuh umgenietet äh Hallo Kuh wie mut ich mir wenn du die mit einem Pfeil im Kopf triffst, ne? Auch nicht trotzdem 6... Oh, manchmal. Das ist voll doof. Ja, ein bisschen sehr unrealistisch. Ich komm mit dem Berg nicht mehr hoch. Ist das neu? Wo ist der Bio denn jetzt? Ist der gerade irgendwie offline? Ahnung? Zünde mal an. Ich steh doch hier. Ach so, ja, ja. Nee, aber weil du ruhig warst. Ich war da unten grad am Lesen. Und am Korften. Ach so. Ach so. Ah, ja. Ach so, hier. Das ist hier einzig für den Bio. Was ist das denn hier? Fallen lassen. Da, Hammert. Bitteschön. Oh, danke schön. Hast du den gekriegt? Hast du den gekriegt? Hä? Apfelbein hab ich ihm gegeben. Gute Apfelbein. Ich hab zwar oben nicht ne Meldung, aber da steht kein Text drin. Also wird's gut sein. Oh, du bist betrunken. Das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Hey, wir haben noch nicht. Aber wenn ich die komische Bärre so fretten, dann geht die Beschwippszeit ja weg. Laufen mal Bio. Ja, du taumelst und ganz, ganz minimal. Ganz minimal. Wenn du mehr trinkst, dann merkt man dann mehr. Am Laufen sind immer so und dort stehen so so ein bisschen, schaukeln sie dann hin und höher. Wir gehen ja von einem Apfelwein, ich bitte euch. Ja echt. Du musst auch mehr hin. Eigentlich ja. Ja, oder? Wir müssen ja wohl mehr wegpacken. Hat er ja auch. Oh, mir ist so warm. Ich hab die Jacke noch an. Also, so ne Sportjacke. Wie dir ist warm. Ja, ich schwitz hier voll. Der Rechner ist am heizen wie sonst was. Heiz! Ich hab sehr hohe. Also, ich hab um den Ping von 60. Also, über so 60. Ich hab 55. Ja, immer so zwischen. Ja, hab ich auch 55. Ja, genau. Jetzt hab ich mehr 55. Dann geht er bis 62. Aber das könnte echt an der Internetverbindung hier liegen. Ich bin mal eh gespannt. Ich blende nicht. Ich will nicht Glaswasser. Nimm dir doch da blöden Pilze jetzt hier. So. Noch ein Dorf. Das noch ne Stadt. Eigentlich sind hier noch ganz viele Städte und ganz viele Sachen. Ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause und dann versuche ich dann mal in hier. Shift, drag, quatsch, move one. Okay. Ähm. Ich lock da mal eben aus. Mach mal dann vielleicht ein Repair bei mir und bei mir auch was. Dann machen wir mal eine Wolke. Aber vorher hat nämlich noch diesen Leben hier mit. Kein Platz im Inventar. Und was denn ist das? Ja, hab ich das. Ja, aber es ist ein bisschen nervig. Und ich hab halt den Back, dass ich halt zwischendurch nicht alles mitnehmen kann. Das ist dann auch so schön. Ja, aber auch zwischendurch. Bei mir nicht in Inventar geht oder raus geht. Na gut. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Bis gleich. Ach so. Der Bios hier supporten. Der neue GM. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ciao.